Hallo und herzlich willkommen auf Land of Rails. Ja, ganz richtig, das Land of Rails mit einem ganz bestimmten Teammitglied wieder, nämlich dem Mark Thierom. Ihr habt richtig gehört, es ist wieder alles vereint, sozusagen. Das Roleplay Land of Rails Projekt war zwar schön, aber im Endeffekt nicht umsetzbar, ohne Programmierkenntnisse oder sonst irgendwas. Dementsprechend, ja, so, jetzt aber, dementsprechend, haben wir uns wieder mit dem da oben zusammengetan, dem Mark Thierom, und tun jetzt wieder zusammen einen wunderbaren, tollen, gut funktionierenden, manchmal, Kinecraft-Server machen. Und das macht echt Spaß bis jetzt, also das ist wirklich toll, das Projekt. Und ich wollte euch jetzt erstmal am Anfang so das neue Land of Rails zeigen, nahe bringen. Außerdem wollte ich wieder Videos machen, jetzt so Land of Rails eh wieder da ist. Kann ich auch wieder was machen, komm, wir gehen auf der blauen Seite raus, ich mag blau. So, yay, so, hier, das ist der Spawn, hier gibt es schon mal ein Musikzimmer, das Musikzimmer ist aber noch nicht fertig. Und ein Shop, der Shop ist schon fertig, aber der Shop ist, äh, genauso uninteressant, wie er das Musikzimmer gewesen wäre. Aha, also, wir flicken das Loch doch nicht. Wir fliegen jetzt hier den Weg entlang Richtung Hauptbahnhof, ja, wir fliegen, damit es schneller geht. Aber gut. Auf jeden Fall. Wie wir wollten, ich wollte jetzt einfach mal so in der ersten Folge mit euch mit dem Zug ein bisschen durch die Gegend gleiten. Leiden deswegen, weil die Züge ja im Prinzip nicht auf den Schienen rollen, sondern nur auf den Schienen, ähm, Blödsinn machen. Und wir wollten dann jetzt mit diesem Zug hier zusammen die Welt erkunden gehen, auch wenn ich sie natürlich schon kenne und wir fahren gleich über ein rotes Signal, weil ich verabscheue diese Signaltechnik. Tröd. Ich achte da nicht drauf, haha. Sobald ich das automatisiert habe, dann achte ich da drauf, aber jetzt nicht. Abfahrtzockerstart. Oh mein Gott. Und jede Lok hat diesen ekelhaften Pin mitten in der Mitte. Als ob es so schwer ist, zu sagen, dass diese Minecraft-Figur nicht in der Mitte sitzt, sondern da, dass man da aus dem Fenster geradeaus durchgucken kann. Aber, wir sitzen in der Mitte, also fahren wir lieber mit F5, da kann man auch alles sehen. So, was ich persönlich nicht gut finde, direkt nach, ja, hier nach dem Spawn, kommt nämlich Chip sein Gebilde, auch Bahnhof genannt manchmal. Es sah mal noch viel schlimmer aus. Seid froh, dass ihr das nicht gesehen habt. Dagegen ist das hier super. Das ist, das ist hier wirklich top. Im Gegensatz zu dem, was hier vorher stand. Das Problem ist nur, dass das so extrem nah am Bahnhof ist. Also, äh, am Spawn. Das ist wirklich unschön. Diese Wagen sehen so wunderschön aus, mit dieser Lok zusammen. Das ist der perfekte IC. Wenn man die Lok jetzt noch als 101 sieht, ist es natürlich am perfektesten, weil die sieht so ähnlich aus, ja, so ähnlich. Aber das hier ist eine 100, 100, 100, und das sieht ja auch gut aus, ne? Und, ach du Scheiße, da kommt ein Train. Hat niemand gesehen. Können auch mal schneller fahren. Können auch was dazu schreiben, dann passt das schon. Auf jeden Fall, das Projekt hier, was möchte ich euch mit, äh, was möchte ich euch mit euch machen, bestimmt. Ach so, ist der Satz zwar nicht richtig, aber egal. Ich möchte mit euch bauen, hauptsächlich. Ich werde hier wieder meine eigene Stadt machen, beziehungsweise ich habe schon die, die, die Strecke zu meiner eigenen Stadt fertig. Und da werden wir dann zusammen beginnen, meine Stadt auf diesem Server zu, äh, zu errichten. Die wird sich natürlich, wie es, wie es sich gehört, in der Stadt Eiserfeldtauven. Ah, warum wurde ich denn jetzt abgebremst, Zug? Was ist das denn? Diese, okay. Wir geben einfach auf. So. Und ich wette mit dir, die Strecke da vorne ist gleich einfach zu Ende. Nein! Weiß was, wir fliegen. Geht sowieso schneller. Also den Streckenabschnitt hier hinten haben wir jetzt gesehen. Die Brücke da drüben können wir später irgendwann in der fernen Zukunft mal langfliegen. Wir gehen jetzt erstmal wieder hier wunderbar zurück durch Chips Dingen. Wo geht's? Aha, Zukunft, okay. Hier ab in den Bahnhof und dann fahren wir hier hoch. Hier durch den wunderbaren Tunnel von den Jaita oder irgendwie so hieß der übrigens. Dann hier entlang, hier den Berg hier hoch hinauf. Durch den Berg, diese, ich finde diese Brücke hier voll toll. Einfach so, da kommt man aus dem Tunnel raus. Hier so eine schräge Brücke. Die ist zwar ein bisschen zu schräg für echte Verhältnisse, aber die habe ich übrigens gebaut. Ich hoffe, ihr findet die genauso toll wie ich. Aber gut, lassen wir's. Fliegen wir weiter hier lang. Hier in diesem Bereich kommt das Urlaub, kommt mein Urlaubsgebiet hin. Weil hier, weiß ich nicht, irgendwie so eine Art Berghotel oder so ein Müllhalter rein. Dann habe ich nämlich hier unten schon gesehen, hier ist so ein kleines, kleiner See direkt vor dem Meer. Das ist bestimmt voll geil. Hier dann so Strand liegen. Hier ist das ruhigere Gewässer, der Kinderbereich. Und hier können dann die ganzen Erwachsenen und Jugendlichen sich austoben. Am großen Strand mit See und so. Und hier irgendein Fluss. Ach das, das wird toll. Das kommt aber alles, das machen wir alles hier im Let's Play. Oder ich möchte das alles so machen. Oder in Livestreams mache ich ja jetzt auch furchtbar gerne. Dann hier Signal. Eingleisige Bergstrecke, nicht für lange, schwere, nicht gut wendige Züge ausgelegt. Weil das wird eigentlich, diese Strecke hier ist eigentlich nur eine Verbindungsstrecke zwischen Haupteiserfeld und Feriengebiet. Das heißt, man kann dann hier an den Bahnhof gehen und mit dem kostenlosen Hin- und Herzug einmal hier diese ganze Strecke hinauffahren und dann hier oben in Eiserfeld Feriengebiet wieder aussteigen und Spaß haben. Da unten wird die ganze Stadt entstehen. Ich weiß zwar noch nicht wie, ich habe es schon ein wenig beschriftet, irgendwie Güterbahnhof, ja? Also Leute, beschreibt mir Tipps, wie ich hier einen Güterbahnhof reinquetschen soll. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Hier steht nämlich drauf Marbahn. Hier werden dann so wunderbare Gleise abzweigen und hier kommt das wunderschöne große blaue, blaue, ganz wichtig, da muss irgendwo blau mit drin vorkommen, Marbahngebäude rein, weil die Marbahn war ja blau, wie man sich vielleicht erinnert. Also können wir hier rein, oh, also können wir hier reinschreiben und 1 und L Marbahn. Oh, nicht Armbahn, das wäre nicht so cool, aber Marbahn. Marbahn passt schon besser. Und hier müssen wir gucken, wie wir hier einen Bahnhof hinkriegen. das folgende Problem, was wir haben hier geradeaus, hier geht's runter. Machen wir die Strecke jetzt zuerst darunter und gucken mal, ob wir irgendwie hier so auf dieser Geraden einen Bahnhof hinkriegen oder ob wir das alles jetzt in einer großen Fläche machen, aber das ist sehr viel Terrain, also Formen, Arbeit, das werde ich dann auch nicht, das werde ich dann rausschneiden, so ganz professionell, dann müssten wir hier nämlich große Fläche hinmachen und da liegen dann Schienen drauf, also da kommt dann der große Bahnhof drauf, aber dann wäre wieder das Ding, wir hätten eine riesige Fläche und so eine riesige Fläche möchte ich eigentlich nicht haben, abgesehen davon ist hier irgendwie voll das geile Terrain, dann kann man nicht drüber aufregen oder natürlich ne, hier kommt nicht das Haupteiser Feld hin, weil hier ist eine Eisenbahnstrecke, das bedeutet diese hm, so jetzt diese Eisenbahnstrecke da, müssen wir diese Eisenbahnstrecke da anbinden, irgendwie also wenn wir hier einen Bahnhof hinstellen würden, ich plane hier schon alles durch, merkt man richtig, das ist bestimmt voll spannend beim zugucken, dann gräbt man hier eine Kurve, hier so ein Loch durch den Berg und hier muss da noch irgendwas hin, ich weiß nicht was, irgendwas muss da hin, vielleicht machen wir auch eine U-Bahn, nein, U-Bahn ist kacke, Straßenbahn, wenn dann, aber wir haben keine Straßen, Hochbahn, nee, Hochbahn ist richtig kacke, ihr solltet jetzt so einen allgemeinen Eindruck davon bekommen haben, was ich in diesem, wie nenne ich das, wahrscheinlich einfach Let's Play Land of Rails oder Let's Build Land of Rails, nee, ich glaube Let's Play Land of Rails wie damals, falls es damals Let's Play Land of Rails hieß, ich weiß nicht mehr was ich, wie ich das Projekt damals genannt habe, kacke, ja, bestimmt, ja, auf jeden Fall, das werde ich machen und ich hoffe, euch wird das Projekt genauso viel Spaß machen wie mir, damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und guckt bei der ersten richtigen Folge zu, das bedeutet, das hier war quasi Folge 0, die Einleitung und dann folgt Folge 1, der Bau der Marbahn, würde ich mal sagen, weil ich habe irgendwie am meisten Spaß an der Marbahn, obwohl ich an der Marbahn am liebsten am Längesitzen nee, 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 zuerst brauchen wir einen Hauptbahnhof, damit wir dann wissen, wie wir das alles formen, hier, ne, und so, hier guckt euch nochmal meine schöne Brücke an, dieses wunderbare Bauwerk, wie wir das äh, umsetzen müssen, damit das gut wird und hier Tipps zu Performance, falls ihr Tipps zu Performance benötigt, das würde so auf jeden Fall super funktionieren und hier dann können wir die eine, können wir eine sinnvolle Sache in diesem Video machen, außer sich über Züge aufregen, sich über endende Strecken aufregen und sich über den kompletten Rest aufregen, regt mich gerne auf, damit wäre es das auch schon gewesen, tschüss, und ach so, eine Ankündigung habe ich noch, dann habe ich es, habe ich es aber wirklich geschafft, und zwar, äh, das, das, die Land of Wales Lokalzeit, nicht vergessen, werde ich weitermachen, werde ich machen, auf meine Art, mit meinem Intro, das wird meine Lokalzeit, nicht irgendeine andere, die will ich komplett allein gestalten, sagen, was Sache ist, und wie die gemacht wird, auf jeden Fall, da freue ich mich richtig drauf, aber das könnte noch ein bisschen dauern, bis die das erste Mal erscheinen wird, aber ich werde mich da dann schon in der nächsten Zeit schon mal dran setzen, die zu gestalten, damit wäre es das jetzt aber wirklich gewesen, tschüss, und auf, wiedersehen, tschüss,